Es ist mal wieder Zeit für eine Folge Pimp mein Brettspiel, habe ich mir gedacht, beziehungsweise heutiger Titel ist eher Pimp mein Brettspielabend. Hallo, ich bin Tanja von die Housies und Familie Enterich sind natürlich auch dabei. Ja, ich habe hier heute Bastelmaterialien stehen, wie ihr sehen könnt. Und ja, es geht heute mal wieder ums Brettspiel pimpen, beziehungsweise, wie ich gerade schon gesagt habe, eigentlich um einen Brettspielabend oder einen Brettspielnachmittag aufzupimpen. Und zwar habe ich mir etwas überlegt mit dieser schönen Ausstechform von diesem Miepel. Die gibt es ja von Hans im Glück. Ja, und die habe ich natürlich auch bei mir im Schrank für Kekse backen und so weiter. Man kann es aber auch zweckentfremden. Ich habe das ja schon mal in einem Video gemacht. Und heute will ich da heute eine weitere Idee damit zeigen. Und zwar, ja, was habe ich denn damit gemacht? Ich habe mir passende Untersetzer gemacht. Die kann man ja immer gebrauchen, gerade wenn man Gäste hat. Und ich habe die in verschiedenen Farben gestaltet, wie ich die gemacht habe. Und ja, ihr seht, die sind aus Kordeln gemacht. Das zeige ich euch jetzt in einem Video. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln. Ja, was benötigt ihr dafür? Ihr braucht natürlich einmal so eine Sisal-Kordel. Die ist jetzt 5 mm stark. Und da braucht ihr circa 2,20 m pro Untersetzer. Dann braucht ihr eine Heißklebepistole. Da müsst ihr natürlich aufpassen, dass sie euch nicht verbrennt. Dann brauchen wir Schere, Cutter und ich habe einen Acrylstift, Acrylfarben, in dem ihr natürlich die Miepel nachher kolorieren wollt. Und ihr braucht natürlich Pinsel oder ich habe jetzt hier so ein Schwämpchen, mit dem man schön mit Acrylfarbe und Schablonen arbeiten kann. Dann habe ich eine Mobiliefolie genommen. Diese hier ist 0,3 mm. Ihr könnt natürlich auch etwas dünnere oder etwas dickere nehmen. Die nehme ich halt auch sehr gerne, wenn ich Schablonen selber herstelle. Dann braucht ihr natürlich eine Schneideunterlage und natürlich auch irgendwas, wo ihr natürlich eure Farben drauf macht. Beziehungsweise ihr braucht noch Kreppband und ja, natürlich die Ausstechform in dem Fall. Oder halt, wenn ihr habt, ihr könnt natürlich auch fertige Schablonen nehmen, anstelle von einer Schablone selber machen. Außerdem brauchen wir natürlich einen Pinsel und wir brauchen, ja, Klarlack habe ich hier noch. Es gibt den in matt und in glänzend. Ich habe mich für den matten entschieden, aber das werden wir ja gleich nochmal besprechen. Ich würde sagen, wir legen jetzt los. So, jetzt nehme ich mir erstmal meine Miepelfigur und schaue mal, wie groß das Ganze werden soll. Schneide mir hier schon mal ein Stück von der Folie ab. Jetzt nehme ich mir meinen Miepel, nehme mir einen wasserfesten Stift in dem Fall. Ihr könnt natürlich auch mit der Hand irgendwas zeichnen oder euch irgendwas ausdrucken. Das geht natürlich auch. So, jetzt drehe ich das meistens um. Man kann natürlich noch warten, bis das trocken ist. Ich drehe das aber gerne um. So, und jetzt nehme ich mir meinen Cutter und schneide das Ganze aus. Ich mache das zweiseitig. Das heißt, ich gehe erstmal auf der einen Seite mit dem Cutter herum. Und gleich gehe ich noch auf der anderen Seite dem Ganzen nach, weil das eine dicke Folie ist und die ist nicht direkt beim ersten Mal durchgeschnitten. Deswegen schneide ich dann auch nochmal auf der zweiten Seite. So, jetzt drehe ich das Ganze um und schneide nochmal an der genau der gleichen Linie lang. Und dann löst sich das nämlich da an der Stelle auch. Seht ihr? Da kann man es dann rausdrücken. So, hier habe ich jetzt meine Schablone, meine fertige. Jetzt brauchen wir unsere Heißklebepistole und pro Untersetzer 2,20 Meter Kordel, 5 Millimeter. So, jetzt nehme ich hier ein kleines bisschen von dem Heißkleber. Natürlich auffassend, nicht dabei verbrennen. Und das einfach schon mal hier reinkleben. Das ist quasi der Anfang. Und dann baue ich da drauf immer ein bisschen Kleber auf und wickele das weiter. Wie so eine Schnecke. Ich drücke das hier auf dem Tisch so ein bisschen an, damit das schön straff wird und schön aufgewickelt aussieht. Immer so ein kleines bisschen von dem Kleber. Kurz warten. Das ist ja schnell angezogen. Und dann geht es schon weiter. Wenn da so ein Überschuss ist, dann drücke ich den meistens hier so weg mit dem Finger. Bei dem Schritt, hier müsst ihr natürlich vorsichtig sein, euch nicht zu verbrennen. Da muss man ja die ganze Zeit vorsichtig sein. Was ich jetzt noch mache, ist, ich gucke, dass ich jetzt hier überall den Kleber wegknibbele. Der hier den Überschuss. Das sieht ja nicht aus sonst. Damit da nicht so viel überhängt. Aber das kann man ganz gut wegknibbeln. Ja, so bin ich erstmal zufrieden. So kann man es lassen. Jetzt nehme ich mir als nächstes meine Schablone und fixiere einmal die Schablone obendrauf. Das mache ich mit dem Crepe-Papier. Alternativ, wenn man kein Crepe-Papier zu Hause hat, kann man natürlich auch Maskentape nehmen. Jetzt nehme ich etwas von der Acrylfarbe und tupfe die einmal mit meinen Schwämmchen hier auf. Ja, das ist jetzt wieder so eine Tanja-Farbe. Die anderen Farben habe ich ja schon bereits fertig. Das waren ja meine ersten Muster. Und jetzt kommt auch noch natürlich meine Lieblingsfarbe. Oder eine meiner Lieblingsfarbe. Das ist jetzt so ein Rot-Violett. Und ich mag hier Lila-Violett-Töne. Pink nicht, aber Lila und Violett. Und Bordeaux-Rot, wenn es um Farben geht. Und Spielerfarbe ist bei mir natürlich zu dem Grün, was ich sonst spiele, ist natürlich Lila. Habe ich ja auch schon in einem Video erzählt. Das Schöne ist natürlich, wenn wir verschiedene Farben haben. Ihr könnt das natürlich auch in einer Farbe machen. Alles in Weiß sieht natürlich auch schön aus. Aber ich finde, wenn man verschiedene Farben hat, gerade in der heutigen Zeit, finde ich es eigentlich ganz gut, wenn dann jeder Spieler erkennt, ja, was sein Glas ist. Wenn man die gleichen Gläser hat, kann man sie ja so auch farblich kodieren. Gerade in der heutigen Corona-Zeit finde ich das ja natürlich sehr wichtig. Das Gute an so einem Stupfpinsel ist, dass man da die Farbe natürlich nicht drunter schiebt. Beim Pinsel könnte das nämlich passieren. Wenn das nicht ganz deckend ist, ist das jetzt auch nicht schlimm. Das macht ja den Charme von diesem Ziesal aus. So, das muss jetzt erstmal trocknen und dann können wir die Konturen mit Weiß machen. So, habe ich hier meinen weißen Akustift und jetzt gehe ich hier einfach an der Seite die Kontur lang. Das sieht dann ein kleines bisschen besser aus als ohne, finde ich. Aber das könnt ihr natürlich auch weglassen. Das ist Geschmackssache. So, jetzt sind die Farben getrocknet. Jetzt nehme ich Klarlackmatt. Ihr könnt aber, wie gesagt, auch natürlich glänzenden nehmen. Aber ich nehme matten, finde ich jetzt schöner. Und jetzt versiegele ich das Ganze. Natürlich kann man das auch hier in diesem Naturlook lassen und das geht natürlich auch. Also, ihr müsst jetzt nicht unbedingt diesen Lack drauf machen. Ich mache das nur, damit halt vor allen Dingen hier der, ja diese Siesal bereicht, wo keine Farbe ist, dass das ein bisschen geschützter hinterher ist, wenn dann die Gläser draufstehen. Und doch mal irgendwie Cola oder irgendwas daneben geht, damit ich auch ein bisschen, ja länger noch was von den Untersetzer habe. Dass die nicht direkt kaputt gehen oder verkleben. So kann man es besser reinigen. Der Lack ist jetzt auf Wasserbasis. Der trocknet also auch relativ schnell auf. Das sind jetzt die fertigen Werke. Und das, was wir jetzt gerade zusammen gebastelt haben, mir gefällt ist. Und ja, wie man sieht, Gläser stehen auch ordentlich drauf. Und ich finde, es ist sehr dekorativ für einen Brettspieltisch. Und für Brettspielfans ist eine super tolle Geschenkidee auch. Und ich glaube, mir wird bestimmt das ein oder andere noch hier mit dieser Ausstechform einfallen, bis ich wieder damit Kekse mache. Man kann noch so ein paar andere Sachen mitmachen. Aber, wie ihr seht, ja, das ist doch schon mal eine kleine Inspiration. Alternativ zu der Jute-Kordel könnt ihr natürlich auch klassische Bierdeckel nehmen. So Rohlinge gibt es ja auch in Bastelläden. Die kann man natürlich auch gestalten und ist natürlich noch ein bisschen einfacher, als wenn man das so macht. Aber ich mag diesen natürlichen Designstil dieser Jute-Kordel. Die gibt es übrigens auch in verschiedenen Farben. Und ja, ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt, wie euch das Ganze gefällt. Und ich sage bis zum nächsten Mal, die Hausis, Tanja und Familie Enterich. Tschüss! Und natürlich nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr weitere Ideen zum Thema Brettspiel aufpimpen, Brettspielabend aufpimpen sehen wollt. Und natürlich unsere klassischen Rezessionen und Top-Listen. Also abonnieren und am Ball bleiben. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.